target hat zahlen gebracht gestern auch schon vorbörslich wir sehen die hauptbörsliche reaktion hier plus 12 prozent ging es nach oben und da hatte ich eben im teaser schon gesagt das hat mich doch ein wenig überrascht also die zahlen an sich die waren okay die hole ich hier mal kurz rein da haben wir die tage zahlen wir haben in zwei prozent umsatzwachstum das ist jetzt nicht exorbitant viel aber wir haben 58 prozent gewinnwachstum und der gewinn der ist auch wirklich deutlich besser gekommen als erwartet 56 cent pro aktie sind hier mehr hängen geblieben als die analysten erwartet haben und wir sehen auch dass im letzten quartal hier endlich mal die fonds wieder zugeschlagen haben nachdem es viele quartale hintereinander im rückwärtsgang ging bis inklusive september 23 quartal waren die fonds hier rückläufig jetzt sehen wir das so nach und nach wieder welche dazukommen man hat also hier von institutioneller seite schon damit gerechnet dass sich die lage ein wenig verbessert aber per se muss ich sagen so richtig vom hocker gehauen hat mich das ganze nicht wenn wir uns mal die einzelnen werte anschauen dann haben wir die comparable sales also der vergleichbare umsatzanstieg oder überhaupt die vergleichbare umsatzentwicklung die sehen wir hier jetzt im vierten quartal mit minus 4,4 prozent rückläufig ist ein bisschen besser als erwartet die analysten hatten tatsächlich hier 4,6 prozent auf der uhr aber 4,4 prozent wir sehen das ist das dritte quartal in folge in dem die vergleichbaren umsätze rückläufig sind und zwar zum einen hier in stores originated also in den vergleichbaren geschäften quasi in den geschäften vor ort da sehen wir einen rückgang sogar um 5,4 prozent das ist das schwächste quartal über die ganzen jahre die wir uns hier anschauen und der zweite bereich ist dieser hier digitally originated also e commerce quasi der digitale umsatz der hat sich etwas besser entwickelt ist aber trotzdem immer noch rückläufig und zwar hier wie wir das sehen auch das fünfte quartal in folge rückläufig der scheint sich jetzt aber zu stabilisieren so aber wenn wir auf die größenordnung schauen dann ist natürlich das was an umsetzen in den geschäften gemacht wird von den netto größen her viel viel ausgeprägt so der ausblick der hat mich jetzt auch nicht vom hocker gehauen ja der ausblick der der gibt jetzt an fürs erste quartal einen weiteren rückgang im vergleichbaren umsatz und zwar zwischen drei und fünf prozent rückgang ja jetzt gucken wir noch mal gerade auf die zahlen wir waren jetzt im letzten quartal hier bei 4 4 jetzt kommen wir hier rein in den bereich minus drei bis minus fünf das heißt mitte der range liegen wir vielleicht minimal besser als jetzt im abgeschlossenen quartal das ist nicht so gigantisch von der gewinnseite gucken wir auch noch mal kurz drauf also die die letzten gewinne die wir hier hatten 2 dollar 98 erwartet man jetzt so um die 1 70 bis 2 10 fürs nächste quartal 1 70 bis 2 10 das müssen wir jetzt mit den april zahlen vergleichen und wenn wir uns das hier anschauen dann sehen wir im april waren hier im letzten jahr zwei dollar fünf akut jetzt liegen wir in der mitte der range hier irgendwo bei einem dollar 90 in der mitte der prognose spanne konsens lag bei 2 10 also der ausblick fürs quartal meiner meinung nach hier deutlich schlechter als erwartet und genauso sieht es auch aus beim ausblick fürs gesamtjahr ja wir schauen mal was der konsens hier erwartet 9 dollar 32 pro aktie ist das was der konsens hier erwartet fürs gesamtjahr das was man jetzt hier angenommen hat ist 8 dollar 90 bis 9 dollar 60 also mitte der prognosespanne 9 dollar 10 liegt auch deutlich unter dem was die analysten hier erwartet hatten für den gesamtjahres gewinn ja dazu kommt das target im gesamten quartal hier auch keine aktien zurückgekauft hat das macht man natürlich auch nur dann wenn man sich nicht so sicher ist wie es weiterläuft also ich fand das alles nicht so gigantisch ja von daher bin ich irgendwo bei jp morgen dabei die hier gerade vom kursziel eine leichte erhöhung drin haben von 157 auf 180 dollar nach den zahlen bleiben aber bei einem neutral rating deutlich bullischer ist die hsbc die hat ein kursziel von 195 und hat die target auf kaufen rauf gestuft jetzt schauen wir mal kurz hier noch abschließend auf den drei jahres chart und da sehen wir eben hier diese letzten hoch die liegen hier alle so im bereich 183 dollar hier liegen wir bei 182 dollar ja und deswegen bin ich schon irgendwo er bei jp morgen mit dabei mit diesen kurs zielen um 180 dollar denn da kommen wir in wirklich starke widerstandslevel für mich wäre die aktie von target nach den zahlen die ich hier fundamental gesehen habe und nach dem was der chart mir hier zeigt aktuell kein kauf damit die kauf Bis zum nächsten Mal.